Hallo, ich bin's wieder, Riemers von Dailymeetv. Es gibt viele Gründe zum feiern, zum Beispiel 25 Jahre Alba Berlin. Hallo, hier ist wieder Dailymeetv mit Alba Berlin und dem Alba Channel. Heute eine Basketballlegende bei uns, Mieter Demirel. Hallo, wir haben wieder unser lustiges Yeah-You-Know-What-I-Mean-Interview-Format für euch. Und los geht's schon mit dem ersten Begriff, Hashtag. Ehrlich gesagt, noch nie benutzen. Playoffs. Die geilste Zeit des Jahres. Cheerleader. Unsere sind klasse. Musik. Ab und zu im Auto. Und als letztes, Offline. Offline bin ich eigentlich nie, auch irgendwie scheiße. Aber dank Dailymeetv kann ich die Playoff-Highlights auch Offline gucken. Perfekt. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik. 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 Musik.